So, jetzt werde ich mal die Map weiter erkunden, es sind viele Sachen wo ich freischalten kann, aber meine Sachen muss ja frei kaufen, aber ja, es sind auch andere Tiere, bei denen sind wir leider. Naja, aber ich bin halt in die Siete und nicht im Wasser, nein, raus, okay, erstmal schön baden, wiii, ich meine ehrlich nicht, aber muss doch hier ein tolles, sonst geben, kann man jetzt ja ja gut, aber nein, ich weiß nicht, ob ich auf die andere Map war, oder, okay, okay, so, so, irgendwo, ich habe jetzt mal, glaube ich, einen YouTuber gesehen und sage, glaube ich, auch von dem Palais, also der Palude spielt, also das Spiel haben schon ein paar andere YouTuber oder spielt, ähm, Luca, also der Luca hat das schon mal gespielt und Paluden hat dieses Spiel auch schon gespielt, Leute, oder Paluden spielt das Spiel wieder, ja, weil der Luca hat das schon mal, ähm, auch schon mal von dem Video gemacht, und der Paluden, der spielt das Spiel jetzt wieder, Leute, und ich spiele das Spiel auch wieder, weil da ist sehr viele Sachen zu erkunden, naja, das ist ja was mit dem Fahrrad dann was, aber ist da oben noch was, und der Vorderkammer ist da mal was mit dem Fahrrad, naja, aber ich will jetzt was suchen, ich habe aber bei, bei Paluden, die Sehren, weil ihr da auf die Map, es gibt es irgendwo, mal draufblöcke, und die suche ich jetzt, so, naja, naja, das ist aber hier, naja, auf die andere Map, es gibt es auch noch was zu erkunden, da gibt es auch noch, ähm, ah ja, hier, vorne, ja, wenn ich schon mal hier bin, kann man gucken, was hier noch alles gibt's, woop, äh, hallo, hopp, 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 alles klar, naja, so, Hier ist ein UFO Was bist denn du denn Ich will dich nicht Kann ich in den UFO rein gehen eigentlich Hier ist schon ein UFO Und keine Ahnung was das so darstellen soll Eine Alien-Sede Keine Ahnung Kann ich ja Hallo Kann ich da was machen mit diesem Raumschiff Oder mit dem UFO Okay Das ist alles von UFO und ich kann nichts machen Okay Ich suche erst mal die Stelle Wo eigentlich die Die Minecraft-Plätze sind Weil es überhaupt diese Minecraft-Sede Und die will ich jetzt finden, aber Ich habe keine Ahnung wo die Ich schwere, wo sind die Minecraft-Sede Kann man da hochkommen Das ist meine Ahnung, das ist meine Ahnung Was war's Leute Schreibt mir dann, wenn ihr das Spiel auch habt, ähm, wenn ihr das Spiel auch habt Leute Schreibt es dann über die Kommentare Leute Und schreibt mir dann die Kommentare, weil ich finde es da nicht, ich still mich um an Schreibt mir dann die Minecraft-Plätze sind, wo dieser Minecraft-Plot ist Dass ich mich als Minecraft-Sede verwandeln kann Oh ja Und was ist das denn? Okay Okay Ich habe hier eine Party-Mutze, aber hier ist ein schöner Pool Ah Entschuldigung Aber ich habe eine Schuhe Äh, ja Mit Schuhe Hopla Äh Äh Hopp Äh Äh Alles klar Hopp Und Äh Äh Ja Ich mach mal Platz Ich mach mal Platz Ich mach mal Platz Ich bin beim Schildern, der wieder hochkommt Tisch Soll ich nicht, dass sie dann einfach runter spriten ins Wasser Ey Also was Wenn sie hochsprieren, dann lädt ich immer alle Das hört sich falsch an, aber Habe ich? Ja Das Ey Habe ich den gerettet? Anscheinend habe ich den gerettet, weil ich sehe nicht mehr im Wasser Und wo kommt die muss denn her? Ja Alter Okay Das sieht Nicht zu bequem aus Hoppla Ey Das wollte ich gar nicht Äh Ja Das sieht nicht zu bequem aus Aber Ja Gut Ich hol den Zimmer runter So Hallo So Okay Okay Ähm 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 Das sieht nicht so aus dem Maus Warte Ähm Alles klar mit ihnen Okay Ich glaub der Ähm Ja Hoppla So So Hoppla Oh Schöne Fernseher haben sie Hoppla Ich will nicht die Fassel mitnehmen Äh Ähm Ähm Was ist nütz ab? Ähm Was ist nütz los? ist es weil ich gerade das stilett habe das auf den tisch ist aber ich glaube das ist so kann man ja das kommt alles vor dem zu kopf ob man so wie was heißt es abends frei von 30 stück da muss kommen die andere mit mir mit hatte kommt ein bisschen laufen wir sind ja kaum jemand immer Runde laufen Ich guck mal Wow Wui Ähm Was sind wir hier? Hier Was Was ist das denn? Was ist das denn eigentlich? Schaut mal was rein geschaltet Ähm Sie stehen mir in die Luft Hallo Werd ich so weinen Ich wollte mir nur helfen Okay Ich mach Schaden aber Hallo Kann ich mal bitte Entschuldigung aber da haben sie was von mir Entschuldigung ich muss mir noch was einsammeln Das sind ja keine drei Platze Äh Alles in Ordnung mit ihnen Den werde ich mal ausbehalten Und weißt du was ich verwollte mal den Weil der war gar nicht auf dem Mond Er legt denn Und man weiß nicht wie weit der fliegt Aber schade Ah Oh ja So was ist noch? Das ist noch ein anderer Seiden Das ist noch ein anderer O Das ist noch ein anderer Ich kann es mal um Entschuldigung Das ist noch ein anderer Das ist noch ein anderer Was ist noch ein anderer finde mein kraftblatt ich schwöre ich will jetzt mal von der anderen mit den laden sie werden einmal diese mit oder ja was du weißt du weißt du weißt du leute weil wir werden ich will für immer so dass die rote ich alles freischalten will aber ich will erst mal erst mal alle mapseiten leute und die alle sachen sind einsammeln weil hier muss wo habe ich vier stunden eingesammelt und auf die andere habe ich auch vier sachen eingesammelt hier habe ich dafür auch hier muss ja noch viele sachen einsammeln da muss ich mir kurz in der freien video und schaut dafür wenn ich die sache auch finde weil ich weiß nicht auswendig wo die sachen sind was ich also ich weiß nicht genau auswendig wo die sachen da sind einsammeln genau wie hier aber ich glaube wir gehen es mal ins well das weltall muss ich mir freikaufe ist euer scheiß ernst was 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 das muss ich auch freikaufe mal sind das ja auch okay okay ich gebe das würde die mädchen wo ich gerade war ich muss die scheiß sachen freikaufen ja teile wird deine welt ich will nicht in ich hätte gerne dass du diese mit ihrer täter nein wir müssen dass man sachen freikaufen ja ok was was ich spreche jetzt mal Ja, hopp. Warte mal, hopp. Schöter man mal, wenn ich ja fölfe, ja so. Hopp'la. Äh. Hopp'la. Äh. Hopp'la. Äh. Das war grad nicht so gut, aber. Äh. Hopp'la. Ja. Alles klar. Steh doch mit auf. Oh oh. Mein Gott. Hopp'la. Kann ich rein? Äh. Schade. Und der hier schmilbt einfach nur. Hallo? Sir? Hab ich sie grad rettet? Aber ich hoffe, ich helfe euch mal. Ah, ich brenne. Hilfe. Ah, ich brenne. Ah, ich brenne. Ah, meine Seele brennt. Hilfe. Ah, viel besser. Okay. 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 Oh. Die Explosion hat mich grad erschrotten, Leute. Boah, ich dachte, es sind Glüter in die Luft. Und ich bin... Das sind nämlich mich erschreckt, der. Naja. Oh, hier gibt's ein Laden. Kann ich immer was kaufen? Äh. Das sieht nicht normal aus. Hoppla. Oh, ich habe... Ich habe nur das vielleicht berührt. Ja, tey. Hoppla. Hoppla. Klar. Alles klar. Mein Gott. dass du wieder selbst von 30 stück mit einer der wette flotten und eine alles klar deine alles klar ihnen das alles klar das war die einfach von oben runter okay das war nicht das hat der autofahrer wurde gerade rüberfahren dass sie den rampen fahrt das ist auch wo klar naja was ich weiß dass wir das fahrrad Komm her, schon mal her, Fahrrad. Bitte jetzt, wenn ich so... Hey! Ich möchte da hoch. Okay. Ich möchte ein bisschen mit dem Fahrrad die Rampe fahren. Komm, ich will jetzt da hoch. Ah, hier oben war ein Raumfahrrad gewesen. So. Loslassen wir die Sonne. Und... Hui! Hey! Hui! Okay. Fahr... Nein. Also, ich steuere und mein Fahrrad. Die müssen ja mal, 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 die Schütze bekommen. Wuh! Ich fliege mit dem Fahrrad. Wo ist das Fahrrad? Hallo? Wo ist das Fahrrad? Wo denn? Ey. Fliegt mein Fahrrad auch in die Luft? Hallo? Ich wollte nicht mehr schnell die Kammer drehen. Wo ist das Fahrrad gelandet? Da oben ist doch mal ein Fahrrad, aber... Wo ist das Fahrrad gerade gelandet? Naja. Aber... Das ist ein Lombard, Leute. Und... Hoppla, es schlitt uns. Aber ich kann auch Lombard fahren. Wui! 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 Komm, fahren wir ein bisschen Lombard. Wui! Okay. Das reicht für ein bisschen. Aber wie ich am Fahrrad der Flute bin. Naja. Es sind viele Städte einsammeln, aber... Wo die Städte... Keine Ahnung. Oh, es war knapp. Äh, ja. Hoppla! Ey, ja. Alles klar. Ähm... Ähm... Was dachte denn noch mal was? Was ist das denn? Äh, weißt du was? Hallo? Ähm... Das ist, glaube ich, Fahrrad... Ähm, kann ich das... Okay, warte mal kurz... Ich... Ich möchte ja. Okay, was passiert da? Kein... Ich f... Sorry, fahre ich jetzt noch mit dem Fahrrad, oder wie? So, ich bin gespannt. Also, ich hatte leider Bildschirm. Ja. Warum hat die Person auf mir eigentlich? Können Sie mal runtergehen? Ähm... Okay, ich glaube, ich werde hier Teile bei Zeit rausholen. Äh... So, können Sie mal... Okay, warum? Ähm... Warte. Ich frag mich nicht, warum dieser Mann auf mir drauf sitzt und seine Beine gehen durch mir durch und das Fahrrad steht... Also, ich kann halt irgendwie ein Patte spielen, gerade. Oh! Ja. Der Spülbad... Äh, ich kann nicht mal Fahrrad fahren. Also, das Fahrrad... Das kann ich irgendwie nicht machen. Guck mal, Leute. Wiii... Und... Ich... Das Fahrrad steht irgendwie... Naja, ich würde sagen, ich würde es auch damit enden. Und dann... Nein, komm, weil ich das so... Nein, man sieht so lustig aus. Warte. So... Und dann haben wir was schon das für ein Funt...